Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein schnelles und einfaches Brotrezept für euch, für ein Maisbrot. Aber Maisbrot erinnert doch immer sehr an Kuchen und die Leute, die es zum ersten Mal probieren, sind immer ganz überrascht, dass es überhaupt nicht deftig ist, sondern eher an Kuchen erinnert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.